Willkommen beim Messe-Nutzen-Check. In dieser Lektion zeigen wir Ihnen, wie Sie mithilfe des Messe-Nutzen-Checks die quantitativen Ziele einer Messebeteiligung definieren. Der Messe-Nutzen-Check beginnt mit dem Screen Eingabe der Projektdaten. Hier können Sie neue Projekte anlegen und der Messebeteiligung, die Sie planen, einen Projektnamen geben. Sie können an dieser Stelle auch Projekte öffnen, die Sie bereits vorher angelegt haben. Sie haben die Möglichkeit, mehrere Messebeteiligungen im Jahr oder auch Messebeteiligungen über mehrere Jahre hinweg zu verwalten und zu vergleichen. So haben Sie all Ihre Messeprojekte immer im Griff und schnell per Klick verfügbar. Hier wählen Sie also das Projekt aus und öffnen es. Später, nachdem Sie zum Beispiel Aktualisierungen und Änderungen vorgenommen haben, können Sie es auch unter einem neuen Namen speichern. Sie geben hier Ihre Daten ein, den Messetitel, den Ort, den Termin und Sie können auch schon die Anzahl der erwarteten Messebesucher eintragen und Ihre Standgröße. Die Standgröße ist wichtig. Sie wird später wieder für die Berechnung Ihrer Kosten benötigt. Damit Sie jederzeit sehen, in welchem Projekt Sie gerade arbeiten, also welche Ihrer Messebeteiligungen jetzt aktiv ist, sind diese Felder über die gesamte Zeit Ihrer Arbeit mit dem Messe-Nutzen-Check zu sehen. Wenn Sie Ihr Projekt ausgewählt haben, starten Sie den Messe-Nutzen-Check. Der Messe-Nutzen-Check ist einfach aufgebaut. In nur drei Schritten werden Sie zum Messeerfolg geführt. Das soll heißen, nach drei Schritten können Sie feststellen, ob sich Ihre Messebeteiligung rechnet, welchen Nutzen Sie aus einer Teilnahme ziehen und wie sich dieser Nutzen gegenüber den anfallenden Kosten darstellt. Diese drei Schritte setzen sich wie folgt zusammen. Im ersten Schritt werden Sie gebeten, Ihre Ziele festzulegen, sodass der Messe-Nutzen-Check den Nutzwert berechnen kann. Dabei wird noch einmal unterteilt in quantitative Ziele und sogenannte qualitative Ziele. Im zweiten Schritt legen Sie Ihr Budget auf der Grundlage der unter erstens gemachten Angaben nutzenorientiert fest. Sie können dann Ihre Kosten für diese Messebeteiligung kalkulieren, kontrollieren und in Einzelbudgets aufteilen. Wenn Sie diese beiden ersten Schritte bearbeitet haben, werden Sie vom Programm im dritten Schritt zu einem sogenannten Nutzwert-Kostenvergleich geleitet. Das heißt, Sie finden zum Schluss eine Übersicht, aus der hervorgeht, wie sich der Nutzwert Ihrer Messebeteiligung, also der Nutzen im Vergleich zu den Kosten, darstellt. Sie erkennen am Ende, ob sich Ihre Teilnahme an einer Messe rechnet oder nicht. Wir werden das jetzt an einem Beispiel demonstrieren und gleich sehen Sie auch, wie sich diese einzelnen Schritte zusammensetzen und welche Ziele einer Messe für Sie relevant sein können. Im ersten Schritt, in dem es nun also darum geht, Ihre Ziele zu setzen, haben Sie, wie schon erwähnt, sogenannte quantitative oder auch operative Ziele festzulegen. Sie finden hier eine Übersicht von 15 möglichen Zielen, die in diesen Bereich passen und als quantitative Messeziele bezeichnet werden können. Quantitativ bedeutet, es handelt sich um Messeziele, die zählbar sind und die relativ einfach berechnet und am Ende der Messe auch abgerechnet werden können. Wir wollen das veranschaulichen. Sie können zum Beispiel genau feststellen, wie viele Neukunden, wie viele Stammkunden oder auch wie viele Journalisten hier unter dem Schwerpunkt Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Medien an ihrem Stand waren. Gleiches gilt natürlich auch für die Planung der Messebeteiligung. Das heißt, Sie können diese Punkte auch jederzeit im Vorfeld einer Messe hier festlegen. Das Wichtigste ist aber, dass Sie sich als Unternehmen vor der Messe klar machen, welche Ziele Sie mit Ihrer Messebeteiligung erreichen wollen. Ohne quantifizierte, also zählbare Ziele ist der Erfolg auch nicht berechenbar. Und Sie wissen ja, der Erfolg einer Messe soll auch messbar sein. Idealerweise leiten Sie Ihre Messeziele von den Unternehmens- und Marketingzielen ab. Legen Sie bitte fest, welche der 15 möglichen Ziele Sie auf der Messe erreichen möchten. Und bitte bleiben Sie bei allem realistisch, auch erreichen können. Wie auch in der Realität ist es nicht erforderlich, jedes der möglichen Ziele als sein eigenes zu setzen. Ein Unternehmen verfolgt eigene Strategien und jede Messe bietet unterschiedlichste Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Strategien. Wählen Sie deshalb Ihre Ziele nach Wichtigkeit aus. Welche Ziele sind Ihnen und Ihrem Unternehmen am wichtigsten? Und an welchen Ergebnissen würden Sie und Ihr Management den Erfolg der Messebeteiligung am ehesten festmachen? Unabhängig davon sehen Sie, dass man mit einer Messebeteiligung eine ganze Reihe von Zielen erreichen kann, die im Vergleich mit anderen Medien äußerst interessant und vielversprechend sind. Jetzt kommen wir dazu, den Nutzwert, der dann in Euro ausgewiesen wird, zu berechnen. Eines der häufigsten Probleme ist natürlich, dass sich ein Unternehmer fragt, was ihm die Messe nun eigentlich bringt oder gebracht hat. Ein paar Tage Trubel und Traffic, was aber bleibt am Ende? In der Regel weiß man ja genau, wie teuer das Ganze wird oder war. Der finanzielle Aufwand ist in Euro und Cent exakt nachweisbar. Aber auch erfahrene Experten werden bestätigen, dass es immer schwierig ist, verlässliche Bezugsgrößen zu finden. Welchen Nutzen kann ich den Kosten gegenüberstellen? Wie kann ich mich sicher entscheiden? Woran messe ich die Messe? Dazu ein sehr typisches Beispiel. Für jeden Aussteller ist es schön, wenn hunderte Menschen zum Stand kommen, von denen vielleicht 50 Neukunden und 50 Stammkunden sind. Aber die große Frage ist doch jetzt, wie kann ich diese 100 Personen, die da waren, in einen Eurobetrag umrechnen und dann meinen Kosten gegenüberstellen? Es ist nun mal nicht so einfach zu sagen, 100 Leute haben so und so viele Euro gebracht, haben mir diesen oder jenen Nutzen gestiftet und exakt den stelle ich jetzt meinen Kosten gegenüber. Also werden Sie sich am besten darüber einig, welche Ziele für Sie tatsächlich relevant sind und gehen Sie jetzt im Messe-Nutzen-Check folgendermaßen vor. Angenommen, Sie wollen auf einer Messe Neukunden gewinnen. Dieses Ziel finden Sie hier in der zweiten Zeile. Klicken Sie genau dieses Ziel an. Sie setzen also dieses Ziel. Rechts sehen Sie eine Null. Klar, es ist ja noch nichts weiter passiert. Aber jetzt wird es spannend. Sie gehen zu dem Punkt Nutzwert ermitteln. Wie schon gesagt, handelt es sich um Ziele, die quantifizierbar, also zählbar und messbar gemacht werden müssen. Im linken Feld finden Sie das jeweilige Erfolgskriterium. In dieser Liste der Kriterien, die für den Erfolg eine entscheidende Rolle spielen. Und hier ist es die Anzahl und die Bedeutung der Neukunden an Ihrem Stand. Die Anzahl und die Bedeutung sollten Sie genau hier erfassen. Es gibt drei Kundenkategorien. Sie können Ihre Neukunden nach A-, B- oder C-Kunden klassifizieren. Das ist sicher nicht in jedem Falle erforderlich, aber es ist eine gebräuchliche Methode, um abzustufen, welche der Kunden Ihnen besonders wichtig sind. Hier in unserem Beispiel hat sich das Unternehmen entschieden, eine Klassifizierung vorzunehmen. Es hat sich gesagt, okay, an unserem Stand waren 30 Neukunden der Kategorie A-, die wir als besonders hochwertig einschätzen. Jetzt kommen wir auch schon zu einem der wichtigsten Punkte des Messe-Nutzen-Checks. Denn die Hauptschwierigkeit besteht ja immer darin, sagen zu können, welchen Nutzen diese 30 Neukunden gestiftet haben, also inwieweit diese 30 Personen den Erfolg unserer Messebeteiligung ausmachen. In aller Regel hat man ja seine Kosten schwarz auf weiß vorliegen. Es ist bekannt, was die Messebeteiligung gekostet hat. Aber es ist schwer zu sagen, welchen Wert diese 30 Kunden haben und wie man diese 30 Kunden den vorliegenden Kosten gegenüberstellen kann. Genau deshalb fragen wir an dieser Stelle, und das ist eine der Kernfragen des Messe-Nutzen-Checks, welche Kosten hätte ich gehabt, wenn ich diese 30 Kunden über ein anderes Medium hätte erreichen wollen? Noch besser gefragt, welche Kosten habe ich eingespart, indem ich diese 30 Neukunden der Kategorie A bei mir auf der Messe getroffen habe. In der nächsten Box sehen Sie verschiedene Alternativen, aus denen Sie wählen können. Alternativen, mit denen Sie diese 30 Neukunden hätten potenziell erreichen können. Je nach ausgewähltem Ziel des Rasters – es wiederholt sich und zieht sich durch das gesamte Programm – werden Sie feststellen, dass immer andere Alternativen vorgeschlagen werden, die zu dem jeweiligen Erfolgskriterium passen. In unserem Beispiel hat sich das Unternehmen für den Außendienst entschieden. Es hat sich gesagt, diese 30 hochwertigen Neukunden hätten wir nur durch unseren Außendienst erreicht und mit keiner anderen Maßnahme. Jetzt muss gefragt werden, Sie ahnen es schon, wie teuer so ein Außendienstkontakt pro Kunde gewesen wäre. Unser Unternehmen sagt an dieser Stelle, dass es ihn 250 Euro pro Außendienstkontakt kostet, um an einen neuen Kunden heranzukommen. Darin sind die Reisekosten für den Außendienstler enthalten, Kosten für Fahrzeuge und selbstverständlich müsste man im Vorfeld mehrmals telefonieren, um an die Adressen heranzukommen, Termine zu machen und so weiter. 250 Euro ist also der Wert pro Neukunde der Kategorie A. Und wie Sie jetzt sehen, multipliziert Ihnen unser Programm automatisch die 30 Kontakte mit den Kosten pro Kontakt. Und Sie erhalten hier den sogenannten Nutzwert in Höhe von 7500 Euro. 7500 Euro. Das sind also die Kosten, die unser Unternehmen zu tragen hätte, wenn die Neukunden nicht auf der Messe erreicht worden wären. Hier vorn können Sie weitere Einheiten auswählen. Zum Beispiel, wenn unser Unternehmen außerdem gesagt hätte, dass nicht nur diese 30 Neukunden der Kategorie A am Messestand waren, sondern auch noch 50 Neukunden der Kategorie B. Also eine etwas schwächere Kategorie, bei der wir nicht unbedingt den Außendienst losschicken, sondern eine andere Strategie mit anderen Maßnahmen versuchen würden. Zum Beispiel mit Mitteln des Direktmarketings. Da würde uns die Kontaktaufnahme zu einem Neukunden 60 Euro kosten. Und Sie sehen auch hier wieder 50 Kontakte mal 60 Euro ergeben alternative Kosten von 3000 Euro. Das zeigt uns wieder einen entsprechenden Nutzwert, den wir mit der Messebeteiligung generieren. Als Summe sehen Sie hier im unteren Feld die Kosten von 10.500 Euro. Das ist fürs Erste der Nutzen, der durch die Messebeteiligung angefallen ist. Also 10.500 Euro, die wir bereits auf der Haben-Seite verbuchen können. Wenn Sie damit fertig sind, übernehmen Sie den Nutzwert mit dem Button Speichern. Sie gelangen wieder zurück in die Liste der 15 Ziele und sehen hier den erfassten Nutzwert. Um es ganz plausibel zu machen, möchten wir noch ein Beispiel anführen. Das Ziel Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Medien ist ein Ziel, das leider von vielen Unternehmen unterschätzt oder gar vergessen wird. Das ist schade, denn mit einer Messebeteiligung kann man unglaublich leicht und schnell Medienkontakte, also Kontakte zu Publikums- und Fachjournalisten herstellen, weil diese bei fast allen Messen anwesend sind, die Fachexperten selbstverständlich besonders bei den entsprechenden Fachmessen. Und Sie wissen ja sicher selbst, wie schwierig es sein kann, diese wichtigen Multiplikatoren während des Tagesgeschäftes zu erwischen. Auf einer Messe sind die Journalisten wesentlich einfacher anzusprechen und für die eigenen Themen zu gewinnen. Auch hier können Sie sich also dieses Ziel setzen und gehen dann auf Nutzwert ermitteln. Und schon haben Sie, wie Sie hier sehen, verschiedene wichtige Erfolgskriterien für Ihre Beziehungen zu den Medien. Das fängt bei den Medienvertretern an, die an unserem Stand waren. Dann gibt es aber auch noch andere erfolgreiche Aktivitäten, die wir während der Messe durchgeführt haben, oder es geht bis hin zur erzeugten Resonanz in den Medien, also die Auswertung unserer Präsenz, die durch die Messebeteiligung geschaffen wurde, der Medienspiegel mit den sogenannten Clippings und vieles mehr. Unser Beispielunternehmen konnte immerhin drei Medienvertreter, hochinvolvierte Journalisten von den Top-Fachmedien, am Stand begrüßen. Diese wichtigen Journalisten einzeln aufzusuchen, wäre mit Sicherheit eine Aufgabe unserer Geschäftsführung gewesen und hätte damit den Geschäftsführer, der zum Beispiel Interviews hätte geben können, wertvolle Zeit und viel anderen Aufwand gekostet. Da wären in unserem Beispiel 800 Euro pro Kontakt angefallen, inklusive der Reisekosten, des Aufwandes zum Herstellen des Kontaktes und anderer Kosten. Der Messe Nutzencheck zeigt Ihnen auch hier wieder, dass das einem Nutzwert von 2400 Euro entspricht. Und auch hier stellt sich wieder die Frage, wie realistisch die Chance überhaupt gewesen wäre, dass diese drei Fachjournalisten unsere Firma von sich aus besuchen. Man sollte sich dabei immer vor Augen halten, dass die Pressevertreter ohnehin auf die Messe kommen und so auch unseren Stand frequentieren. Ob sie jedoch extra ins Unternehmen gekommen wären, ist sehr fraglich. Ein weiteres Erfolgskriterium zum Ziel des Aufbaus und der Pflege von Beziehungen zu den Medien wäre eine Pressekonferenz, die wir am Messestand durchführen können. Das hätte den Vorteil, dass alle Informationen vor Ort sind und zu einem vereinbarten Zeitpunkt an die versammelten Pressevertreter gegeben werden können. In unserem Fall hat das Unternehmen eine kleine Pressekonferenz durchgeführt, zu der 15 Journalisten erschienen sind. Und auch hier müssen wir uns wieder fragen, was diese Pressekonferenz woanders und zu einem anderen Zeitpunkt gekostet hätte. Es hätten Einladungen verschickt werden müssen, um die Journalisten auf die Firma aufmerksam zu machen. Telefonate müssen geführt werden, um die Teilnehmerzahl abzuschätzen. Räume müssen gemietet oder bereitgestellt werden. Und ein kleines Catering steht schließlich auch immer gern auf der Tagesordnung. Unser Unternehmen sagt sich in diesem Fall, dass es alles in allem noch einmal 3.500 Euro gekostet hätte. Wir hätten also auch hier noch einmal zwei Nutzwerte, die durch die Messebeteiligung generiert werden und die wir guten Gewissens auf der Haben-Seite verbuchen können. Mit der Funktion Speichern gelangen Sie wieder in die Übersicht und sehen, dass hier diese Punkte, diese Nutzwerte in der rechten Spalte vermerkt wurden. Noch ein letztes gutes Beispiel ist, hier bei den Vertriebs- und Verkaufszielen, der Aufbau neuer Vertriebswege. Auch ein typisches Ziel, das sich unser Unternehmen für diese Messe gesetzt hat. Die Firma war also auf der Messe, um auch ganz gezielt neue Vertriebspartner zu finden. Vier neue Vertriebspartner wurden gefunden, die vorher nicht im Netz des Unternehmens waren. Und wieder müssen wir uns fragen, wie wir sonst an diese Spezialisten herangekommen wären. Unser Unternehmen hat sich zum Beispiel gesagt, man hätte eine Beratungsfirma beauftragen müssen oder eine Auslandshandelskammer. Diese Vermittlungsleistungen hätten dann auch noch einmal 3.000 Euro gekostet, die wir aber damit sparen, indem wir dieses Ziel auf der Messe erreichen. Auch hier übernehmen wir den Nutzwert in Höhe von 3.000 Euro. Und Sie sehen jetzt, hier in der folgenden Ansicht, alle Ziele, die sich das Unternehmen gesetzt hatte und den erreichten Nutzwert, der sich in unserem Beispiel auf 19.400 Euro beläuft. Ein Nutzwert in Höhe von 19.400 Euro, den diese Messebeteiligung generiert hat. Somit sind wir am Ende unseres Beispiels zu den quantitativen Zielen in Punkt 1a. Hier sehen Sie das vollständig ausgefüllte Beispiel aus der Einführung. Wie Sie die qualitativen Ziele definieren, zeigen wir Ihnen in einer weiteren Lektion. Mit dem Messe-Nutzen-Check sind Sie von Anfang an auf dem richtigen Weg und immer auf der sicheren Seite. Mit dem kostenlosen Messe-Nutzen-Check stellt Ihnen der Auma als neutrale Serviceeinrichtung für die deutsche Messewirtschaft ein praktisches und überzeugendes Werkzeug zur Berechnung des Nutzwertes einer Messebeteiligung zur Verfügung. Sie finden den Messe-Nutzen-Check auf www.auma.de oder direkt auf toolbox.auma.de. Ihre Eingaben und Einträge werden auf Ihrem Computer gespeichert und wahlweise über eine sichere Anmeldung auf einem Server. Dadurch können Sie Ihre Berechnung jederzeit unterbrechen und später daran weiterarbeiten. Selbstverständlich sind all Ihre Daten vollkommen anonym, werden nicht ausgelesen oder übertragen. Wir wünschen Ihnen für Ihre künftigen Messebeteiligungen viel Erfolg. Mit dem Messe-Nutzen-Check sind Sie von Anfang an auf dem richtigen Weg und immer auf der sicheren Seite. Anleitungen zur Nutzung des Messe-Nutzen-Checks finden Sie in weiteren Videolektionen unter www.auma.de, direkt auf toolbox.auma.de oder unter www.youtube.com.messewirtschaft